www.meintv.de Und das soll jetzt bitte schnellstens verschwinden. Dazu lasse ich mich heute an Strom anschließen. Was genau da passiert und ob es was bringt, das klären wir im Laufe der Sendung. Und außerdem haben wir noch das für Sie. Ihnen geht es vielleicht auch so, man guckt in den Spiegel und dann entdeckt man ein Fettpölsterchen. Bei mir ist es am Bauch, ist vom Winter noch ein Überbleibsel und das muss jetzt weg. Muss er fit für den Sommer werden? Frau Lorenz, Sie können mir da helfen. Ja genau, bei mir sind Sie da genau an der richtigen Adresse. Wir versuchen nachher gleich ein paar verschiedene Behandlungsmethoden. Ich werde sie dann mit körpereinenden Mikroströmen mal anschließen, werde dann noch mit der Saugwelle die Problemzöhnchen bearbeiten, dann kriegen wir das schon in den Griff. Ich bin gespannt. Ich lasse mich jetzt verkabeln und wir sehen uns gleich wieder. Wenn Sie sich jetzt wundern, warum ich hier so halb und nackert rumliege, liegt daran, dass meine Fettpölsterchen jetzt wegkommen sollen. Dazu liegen unter mir Pads und dadurch wird Strom in meinen Körper gebracht. Frau Lorenz, stimmt grob, oder? Ja, ganz genau. Die arbeiten jetzt schon mal für sich. Und gleichzeitig werde ich sie jetzt von oben noch mit einer anderen Methode, mit der Saugwelle behandeln, um da einfach die Fettdepots ein bisschen zu aktivieren. Jetzt liege ich hier eine Weile, werde von Ihnen behandelt. Kann ich denn da schon direkt ein Ergebnis sehen, weil ich bin so ein Ungeduldsbolzen? Ja, natürlich können wir das gleich sehen. Sogar während ich behandle, kontrolliere ich ja auch immer genau, was passiert. Sie werden dann gleich nach der Überhandlung mit den Bildern das Ergebnis sehen. Das heißt, wir haben ja vorher Fotos gemacht und wir haben abgemessen. Was denken Sie, was werde ich dann da sehen? Ja, einfach einen Unterschied, dass Sie einmal weniger Zentimeter haben und auch, dass es in Ihren Bildern schöner aussieht, dass Sie schlanker sind. Wenn ich jetzt nach dem ersten Mal sage, ja, ist schon top, ich sehe schon was, aber ich hätte gerne noch mehr weg. Wie oft komme ich denn da? Also wie oft kommt die normale Kundin? Also so die Erfahrungswerte unserer Kunden sind einfach so, dass wir mit Zehnbehandlungen ungefähr eine Kleidergröße schaffen. Wahnsinn, da bin ich gespannt. Tage der Dinge, die da jetzt kommen und freue mich, wenn danach die Zentimeter weg sind. Musik Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Frau Lorenz, ich bin vermessen. Wie viel Speck habe ich denn verloren? Ja, vorhin waren wir bei 78. Wir haben 4 cm geschafft. Wahnsinn. Dafür, dass ich einfach hier rumgelegen bin, Sie an mir rumgedoktert haben, war aber sehr angenehm. War wie eine Massage. Ist toll angefühlt. Wohin kann sich denn ein potenzieller Kunde melden, wenn er bei Ihnen das auch mal ausprobieren möchte? Einfach bei uns anrufen. Die Telefonnummer finden Sie auf unserer Homepage. Dann einfach einen Probetermin vereinbaren. Ist kostenfrei. Können Sie sich dann selber mal davon überzeugen, wie sich das überhaupt anfühlt und ob das was für Sie ist. Wunderbar. Dann alle auf den Weg zur sommerlichen Topfigur. Und sommerlich ist auch ein gutes Stichwort, denn wir schauen mal, was das Wetter die nächsten Tage so macht. Ob die Sonne scheint. Das war mein TV, der Tag am Montag. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen zauberhaften Abend und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.